Lehrer Jens Carstensen, der 15-jährige Marvin und die 14-jährige Lisa sind unterwegs nach Japan. Erdbeben, Tsunami und vor allem die Atomkatastrophe beherrschten in den letzten vier Monaten die Schlagzeilen. Doch wie ist es wirklich um die Zukunft Japans bestellt? Das Team aus Bremerhaven ist auf der Suche nach Antworten. Tokio, die Hightech-Metropole der Welt. 35 Millionen Menschen leben und arbeiten im größten Ballungsgebiet auf Erden. Die Stadt steht ständig unter Strom. Im August ist die schwüle Hitze fast unerträglich. Mittendrin Lisa, Marvin und Jens Carstensen, die sich erstmal mit Keltespoie eindecken. Zum Internationalen Tag der Jugend sind sie zum ESD-Forum für nachhaltige Entwicklung eingeladen. Um zur Eröffnung zu kommen, kämpfen sie sich durch den Großstadtdschungel. Die Universität der Vereinten Nationen hat geladen. Und Jugendliche aus der ganzen Welt sind gekommen, um die Herausforderungen für ihre Generation zu erfahren und sich auszutauschen. Lisa und Marvin sind die jüngsten Teilnehmer. Doch der Kontakt ist schnell hergestellt. Irgendwie sind die Japaner aber nicht so, wie sie es erwartet haben. Also ich hätte erwartet, dass die halt nicht so glücklich sind, wie sie jetzt rüberkommen. Sondern eher über die Todesopfer oder so Trauer. Ich hätte erwartet halt auch mehr Trauer. Und das, also beim Fußball gibt es ja auch, dass sie so ein schwarzes Band umhaben. Dass sie vielleicht irgendwas Schwarzes anhatten. Dass sie für die Opfer trauern. Und ja, so machen sie überhaupt nicht den Eindruck. Sie wirken halt fröhlich. Eine Folge von Fukushima spüren sie aber trotzdem. Alle Klimaanlagen wurden von 25 auf 28 Grad gestellt. Das Land muss Strom sparen. Henning Stöcks, der Veranstalter des ESD-Forums, sieht darin jedoch auch eine Chance. Doch es wird nicht einfach für die nächste Generation, erklärt der japanische Botschafter Motsuyoshi Nishimura. Ich glaube, die Preis ist so wichtig für die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Was passiert mit den Schwarzern, die diese Preis nicht bezahlen können? Die Demografie. Sie wissen alle, wir haben große Probleme. Das National Olympic Memorial Center, hier findet das ESD-Forum die nächste Woche statt. Und hier gehen Lisa und Marvin ihren Fragen nach. Welche Folgen hatte der Tsunami? Wie geht es den Japanern heute? Und welche Perspektiven gibt es? Studenten der Universität Tokio berichten von den großen Folgen, wie der Diskussion über Atomstrom und dem Wechsel zu erneuerbaren Energien. Aber auch von den kleinen Folgen, wie das aus Energiemangel die öffentlichen Toilettensitze nicht mehr beheizt sind. Eines der größten Probleme infolge des Tsunamis ist die Wasserversorgung. Marvin fragt genauer nach. Can you tell me something about the salt and sweet water or the drink water after the tsunami? Okay, so one big problem is the groundwater quality is salty. The taste is salt. In the second big problem, they have no access to get drinking water because the pipe is polluted by the tsunami. In the third one is the water is polluted by the seawater. So they have some cold and headaches. And they have many accidents that happen in human bodies. This is three big problems. What is the big problem about the seawater? The water is a lot of rain. There are many storms that have got to catch up in the sea. And the water is a lot of rain. And if we lose that, we like to get a lot of rain. Waren werden hier im Akkord verladen und verkauft. Japan schützt seine Märkte und Produzenten. Die hier gehandelten Melonen sind mit so hohen Zöllen belegt, dass eine einzelne Melone später im Supermarkt 140 Euro kosten wird. Das Herzstück ist der Fischmarkt. Fisch ist neben Reis die Nahrungsgrundlage der Japaner. Sie verwerten einfach alles aus dem Meer. Das Land hängt wie kein anderes von der Fischerei ab. Der Tsunami zerstörte jedoch die Seetang- und Muschelzuchtgebiete, die dazugehörigen Spezialboote und hinterließ Unmengen von Müll. Bis wieder geerntet werden kann, werden Jahre vergehen. Wie viel Strahlung ins Meer gelangt ist und welche Folgen das hat, kann keiner so genau sagen. Weil der beliebte Thunfisch jedoch weit oben in der Nahrungskette steht, ist bei ihm die Gefahr einer Strahlenbelastung höher. Die meisten Japaner nehmen's gelassen. Sie haben ohnehin keine Wahl. Würde Fisch nur noch importiert, wäre das eine wirtschaftliche Katastrophe, die unzählige Jobs kosten würde. Zudem hat die Fischerei für viele Japaner auch etwas mit Nationalstolz zu tun. Von dem Guide wollen Lisa und Marvin wissen, welchen Effekt die Katastrophe auf den Markt hatte und ob der Fisch verstrahlt wurde. Das war's für die Sophie und die Energien von advances in der Zunfisch Fischerei, den Boden völlt wurde nicht. Aber die Jahre in der Zunfisch von Tsai oben in der Zunfisch sind die in Zunfisch vielmehr, über die geestructliche Bezahlungen um nicht mehr. In der Zunfisch für die Beschehen in Wachstunde. Das ist ein Pulsier. Das ist eine Frage, dass es gut ist, weil es nicht so gut ist. Das ist alles angesichtslos, dass man nicht mit einem inneren Zitzen kann. Das ist die Dinge, dass man jetzt auch nicht mit einer Zitzen kann. Das ist ja, dass Menschen jetzt hier die Neue und in der Zitzen, auf der Luftfälle, in den Tätig gibt es nicht zu tun. Das ist ja, dass man nicht so viel gehalten ist. Das ist das, dass man sich nicht mehr verringen kann. Das ist also so, dass man im Gebet verringen kann. Und dann haben die da auch schon die Lichter ausgemacht. Einige Leuchtreklamen strahlen nur noch zu Stoßzeiten und das einheitliche Wochenende wurde abgeschafft. Autofabriken machen am Donnerstag und Freitag frei, Mobilfunkprovider haben das Wochenende auf Montag und Dienstag verlegt und Schistarbeit soll den Nachtstrom effizienter nutzen. Plötzlich kommt uns eine Anti-Atom-Demo entgegen. Die Zahl der Demonstranten ist aber recht bescheiden. Zurück beim ESD-Forum. Lisa und Marvin wollen jetzt mit einem Experten über Atomkraft sprechen. Bernd Nürnberger ist Mitarbeiter vom TÜV Rheinland, der unter anderem für die technische Kontrolle von Atomkraftwerken zuständig ist. Solar kann sehr groß sein in CO2, aber es ist kostbar. Es funktioniert nur, weil es eine Subsidie gibt. Es ist nicht eine der Dinge, die wir erst machen. Erst haben wir alle diese hier. Es gibt viele mehr. Nuclein ist eine Option, um CO2 zu retten. Es ist hier. Es ist relativ weit. Aber es kostet uns. Und ich denke, dass wir jetzt erfahren, dass wir ein Disaster haben, dass keine Anwärmung wird. Die Anwärmung wird nicht mehr zu retten, um es zu retten, um es zu retten, um es zu retten, um es zu retten. Das kann man nachlesen beim Bundesgesundheitsamt auf der Webseite. Weltweit, das ist der Wert von Norddeutschland, den gibt es weltweit, sind 4000 Becquerel pro Quadratmeter. Das ist übrig geblieben von den 2000 Atombombenversuchen. Das hat sich überall verstrahlt. Das ist also der Hintergrund, den haben wir überall. Wenn man sich die neueste Karte von Japan anschaut mit der Bodenkontaminierung, die fängt an bei 10.000 Becquerel pro Quadratmeter. Das ist ungefähr bei Niko. Niko und München haben wir vergleichbare Verstrahlung jetzt. Anhand dieser Karte kann man sich orientieren, wo man sicher hingehen kann oder wo man vielleicht besser nicht lange sich aufhält. Hier Tokio, Yokohama ist der normale Hintergrund, gar kein Problem. Wie viele sind das dann hier in Tokio? Ich habe es nicht nachgemessen. Auf der Karte ist das unterhalb der 10.000. Das heißt, weniger als München und damit mache ich mir keine Sorgen. Wenn wir jetzt nochmal zurück in die Zeit schauen, zu Chernobyl, was ist denn da der Unterschied zwischen Fukushima und Chernobyl? Also, zwischen München und Chernobyl waren 2000 Kilometer und das ist heute noch mit Cäsium verstrahlt. Ich habe die Woche aktuelle Werte bekommen, die sind veröffentlicht von der Regierung. Was jetzt an Cäsium von Fukushima in Niko liegt, ist genauso viel, wie 10 Jahre nach Chernobyl in München runtergekommen ist. Also das ist vergleichbar. Aber zwischen Niko sind keine 2000 Kilometer, sondern nur 150 oder 100. Das ist deutlich weniger also. Direkt um das Kraftwerk rum, die 20 Kilometer sind abgesperrt, da kommt keine mehr rein. 30 Kilometer ist sehr kritisch noch. Darüber hinaus gibt es ein paar Gebiete, die sind verstrahlt und werden nicht bewohnbar sein. Weiter weg machen sich die Leute dann Sorgen um ihre Kinder, bringen die Kinder weg. Man misst dann die Bevölkerung, ist also verunsichert, auch weil sie der Regierung nicht trat. Das sind Grenzwerte. Internationale Erfahrungen gibt es ein bisschen durch Chernobyl, aber das ist ja eine Entscheidung, die man für die Zukunft trifft. Will ich da noch leben unter erhöhter Strahlenbelastung und wie groß ist das Krebsrisiko, weiß keiner ganz genau. Das ist also eine sehr persönliche Entscheidung auch. Insgesamt wird die Bevölkerung irgendwann einmal abstimmen müssen und sagen, was wollen wir eigentlich. Wir haben vorhin drinnen bei dem Vortrag gesehen, es gibt Alternativen, die sind auch bezahlbar. Der Atomausstieg in Deutschland ist wohl auch bezahlbar, wenn man es richtig macht. Und da besteht also Hoffnung, dass sich jetzt die Gesetze und die Regularien für die Stromeinspeisung ändern, sodass alternative Energien auch eine Chance haben hier.